Musik Erster Tag, erste Etappe Morgens um 7 Uhr starteten wir im Berner Oberland ein Motorrad und zwei Autos, ein Rubikon, ein Landcrust. Wir fuhren vom Berner Oberland via Martin über den großen St. Bernhard Turin nach Elbrin in Frankreich. Es war halt eine lange Hinfahrt bis in das Gebiet, wo wir dann starten wollten. Der Gamping war spitzenmässig, wir hatten eine Aussicht, die man sich nur wünschen kann. Ich wünsche euch jetzt alles Gute und viel Vergnügen mit unserer ersten Etappe von Turin nach Elbrin. Viel Spass! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018